Euch allen einen wunderschönen 1. Advent und 1. Dezember heute am Sonntag. Wir kommen zu Platz 1 bei den Sarchats. Die 1, die Spitze geht heute an die neue Single von Gracie Abrams. Damit hat sie schon ihren zweiten Platz 1 zählt nach Risk im Sommer diesen Jahres, der ja mittlerweile auch unser Rekord der Permanenz hier ist. Jetzt war der Song, der heute ganz oben steht, ist ihre neue Single That's So True. Seit sieben Wochen dabei, aber heute ist der Song dann erstmals ganz oben an der Spitze bei den Sarchats. Ooh, 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 ooh. Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.